Ich habe schon mal ein Video über das Jugendwort 2020 gemacht. Das Video dazu verlinke ich euch jetzt oben in der Infokarte. Bei dem Jugendwort des Jahres konnte man in einem bestimmten Zeitraum Wörter einreichen. Und die Wörter, die am meisten eingereicht wurden, kamen in die Top 10 Abstimmung. Dort konnte man dann abstimmen. Die drei Wörter mit den meisten Stimmen kamen in die Top 3 Abstimmung. Jetzt musste man zwischen drei Wörtern entscheiden. Zur Auswahl waren Lost, Cringe und Wild. Vor ein paar Tagen wurde entschieden und das Ergebnis wurde auch präsentiert. Das Jugendwort des Jahres 2020 ist offiziell Lost. Das Jugendwort hat die Kategorie seit einem Jahr pipelines ebenso ein paar Tage Stimmen. faux Geh. Wir sehen uns um die nächste Woche zu hören. Wir sehen uns auf dem Weg in einem Konzester. Wir sehen uns um die Zernamen, die wir noch nicht mehr erwarten. Wir sehen uns um die Zernamen, die wir noch nie wieder auf die Zernamen, die wir noch nicht mehr erwarten. Wir sehen uns um der Zernamen und die Zernamen, das ist ein Wörter.